In diesem Video möchten wir Ihnen die Vorteile der ColorGate Media Device Synchronization MDS und Quality Assurance QAM vorstellen. Die MDS ist ein Color Equalizer, der auch bei räumlich getrennten Systemen eine visuell konsistente Ausgabe nach Referenz garantiert, jederzeit reproduzierbar. Das QAM prüft die Druckausgabe und signalisiert, ob eine farbrichtige Produktion aktuell gewährleistet ist. RGB und CMYK sind geräteabhängige Farbräume. Jedes Ausgabesystem hat eine eigene Farbcharakteristik. Auch gleichartige Systeme mit gleichem Farbgebungsverfahren können zu unterschiedlichen Farbergebnissen führen. Jedes System hat einen eigenen Farbraum, selbst baugleiche Drucksysteme mit derselben Tintenbestückung. Sogar ein und derselbe Digitaldrucker druckt nicht gleichmäßig über einen längeren Zeitraum hinweg. Auch nach sorgfältiger Kalibrierung verändern die Umgebungsbedingungen und kleine Änderungen in Farben oder Medien die Ausgabe mit der Zeit teilweise erheblich. Wie kann man sicherstellen, dass mehrere Systeme die gleiche Farbausgabe erzeugen und einzelne Drucker auch nach langer Zeit noch die gleichen Farbergebnisse liefern? Wie können Sie eine ganze Reihe von Druckern managen, die sich nicht einmal an einem einzigen Produktionsstandort befinden? Ein typischer Ansatz ist die Verwendung eines einzigen Profils für alle Drucker. Bei dieser Methode werden jedoch die individuellen Farbeigenschaften der Systeme ignoriert statt ausgeglichen, sodass es zu sichtbaren Farbabweichungen zwischen den Ausdrucken kommt. Besser ist es, ein individuelles Ausgabeprofil pro Gerät zu erstellen. Dies erfordert jedoch viel Zeit und Fachwissen und kann aufgrund leicht unterschiedlicher und sich verändernder Farbräume dennoch zu sichtbaren Unterschieden führen. Die Lösung lautet Farbverwaltung Ihrer Druckmaschinen mit MDS, der Mediengerätesynchronisation von ColorGate. MDS gleicht die individuellen Unterschiede jedes einzelnen Druckers aus und sorgt so für eine optisch gleichmäßige Ausgabe in der gesamten Druckerflotte, über die gesamte Produktion und bei Reproduktionen. Sie können einfach einen Drucker als Referenz definieren und die Farbräume baugleicher Drucker auf diese Referenz abgleichen. Außerdem kann jeder einzelne Drucker bei Abweichungen über die Zeit in diesen Referenzzustand zurückgesetzt werden. MDS ermöglicht also die Feineinstellung identischer Drucker bei fertigungsbedingten Unterschieden physischer Komponenten sowie prozessbedingten Schwankungen. Die Feineinstellung basiert dabei auf einem ICC-Profil für jederzeit konsistente Farbergebnisse. Das Qualitätssicherungsmodul QAM ist eine perfekte Ergänzung zur Mediengerätesynchronisation. Es bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Druckausgabe zu überprüfen, da es die Farbunterschiede zwischen den gemessenen Werten eines Kontrollkeils und den Referenzfarben des ursprünglich erstellten Profils erkennt. Sind die gedruckten Farben noch innerhalb des Limits? Wenn nicht, wird eine rote Ampel angezeigt. Sie können die Qualitätstoleranzen selbst definieren. Somit ist QAM für nahezu jede Anwendung geeignet. Die Bedienung des Moduls ist intuitiv und ermöglicht einen einfachen und zeitsparenden Workflow. QAM kann ohne tiefergehende Kenntnisse mit allen unterstützten Messgeräten, auch mit eingebetteten, z.B. in HP oder Epson-Druckern, eingesetzt werden. Wenn die Farbprüfung eine Überschreitung der eingestellten Toleranz anzeigt, können Sie die Media Device Synchronization MDS direkt aus dem Auswertungsfenster starten. MDS korrigiert die Druckausgabe, bis sie der ursprünglichen Farbanmutung entspricht. MDS kann jederzeit durchgeführt werden und ermöglicht es dem Anwender, seine Druckertoleranzen einzuhalten. ColorGates Media Device Synchronization MDS und Quality Assurance Module QAM ist eine leistungsfähige Modulkombination und garantiert farbkonsistente Ausdrucke über die gesamte Produktionszeit oder auf mehreren baugleichen Druckern auch an verschiedenen Standorten. MDS QAM kann auf zwei Arten eingesetzt werden. Sie können ein Drucksystem immer wieder auf einen Referenzzustand zurückkalibrieren oder Sie können eine Reihe von Druckern auf ein Referenzdrucksystem kalibrieren. Die Farbkonsistenz im Produktionsworkflow ist keine unangenehme Aufgabe mehr, wenn Sie ColorGates, MDS und QAM Module verwenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017